Servus an alle, die da draußen zuhören mögen, vor allem PC, Handy, Laptop und TV, zu einer kleinen Information, die letzten Tage kam erst recht gar nichts mehr von mir, vor allem am Freitag nicht ein Livestream und da wollte ich erklären warum, denn vergangenen Freitag, den 11.1. bin ich ganz heftig mit dem Rad gestürzt und habe mir heftig das Knie aufgeschlagen mit einer ordentlichen Wunde, dass man die Sehne gesehen hat und ja bei mir wurde jetzt der Schleimbeutel entfernt zum Teil und zu genäht und ich bin erst seit heute wieder aus dem Krankenhaus zurück. Deswegen weiß ich nicht heute weiß ich nicht ob ich stream, vielleicht geht's, wenn ich mein Bein ausstrecken kann, dann geht's, wahrscheinlich geht's, ich liebe ja Livestreams zu machen und im Grunde wollte ich gestern mit meinem neuen Let's Play Projekt beginnen, das wäre Overlord Rising Hell gewesen, das werde ich jetzt, weil ich jetzt dran geschrieben bin, unter die Woche, unter der Woche beginnen damit und ich wollte auch was mit der lieben süßen Inori LP aufnehmen, wollte ich auch mit meinem Schatz und das kommt dann auch noch, zumindest auf ihrem Kanal und ja jetzt wünsche ich euch einfach einen schönen Tag, ich habe hier noch ein Bild von mir, wie ich im Bett liegt, eingewickelt das Bein und ja ich wünsche euch dann einen schönen Sonntag soweit, falls wir uns jetzt so heute nimmer hören oder so, ich weiß auch nicht, ne, ich bin noch ein bisschen durch den Wind, Medikamente und so fort, ja, wegen Livestreams und der Sammleraktion, also Chrony Coins, das holen wir alles nach, ihr kriegt vielleicht an einem Livestreams ein bisschen mehr Punkte, ja, damit auch das voll werden kann. Jo, ich will ja auch nicht bescheißen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, Chronican of Law. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.